Hallo und herzlich willkommen bei Bolt Sports Text. Freut mich, wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Seit letzten Herbst ist in den USA die EKG-Funktion auf Garmin-Uhren mit dem Elevate Generation 5 Sensor verfügbar. Hier in Europa fehlt leider noch die notwendige Zertifizierung, weshalb wir diese auf normalem Weg nicht nutzen können. Mit einem Trick und 5 Minuten Zeit kann man die Funktion aber auch jetzt schon freischalten. Wie das Ganze funktioniert und was man dafür benötigt, das zeige ich euch heute in meinem Video. In diesem Sinne würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und legen wir los. Für das Aktivieren der Funktion auf iOS benötigt man natürlich sein iPhone, einen Mac oder PC sowie zwei Programme, die man installieren muss. Das erste Programm heißt iCareFone und schaltet den Entwicklermodus frei. Die zweite Anwendung ist iAnyGo und lässt den Standort kurzfristig auf USA ändern. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Für das Aktivieren der EKG-Funktion auf Android benötigt man lediglich sein Smartphone sowie die App FakeGPS, welche man gratis im Playstore herunterladen kann. Der erste Schritt ist ein allgemeiner Schritt und betrifft sowohl iPhone als auch Android-Nutzer. Klicke hierfür auf das kleine Bildchen rechts oben und wähle weiters Profil aus. Jetzt loggst du dich zuerst mal mit deiner E-Mail-Adresse und mit deinem Kennwort ein. Du kommst dann zu den Kontodetails, klickst anschließend auf Bearbeiten, um deine Position bzw. das Land zu ändern. In meinem Fall ist das Österreich. Ich klicke auf Position und wähle anschließend USA aus. Und jetzt das Ganze noch speichern und der erste Teil ist geschafft. So, ganz kurze Unterbrechung. Falls dir mir ein Video bis jetzt gefallen hat, dann lass mir doch bitte ein Like und ein Abo da. Auf der einen Seite unterstützt du meinen Kanal und auf der anderen Seite verpasst du dann auch keine zukünftigen Videos mehr. Ich sage schon mal Dankeschön und weiter geht's mit dem Video. Wie bereits eingangs erwähnt, brauchen wir zwei Apps, die uns helfen, die EKG-Funktion auf einem iPhone freizuschalten. Starte also die erste Anwendung iCareFone und wähle links unten den Punkt mehr Werkzeuge aus. Anschließend klickst du rechts oben auf den Entwicklermodus und bestätigst das Pop-Up-Fenster. Normalerweise ist dieser Modus am iPhone nicht verfügbar. Denn wenn man unter Datenschutz und Sicherheit geht und ganz runterscrollt, findet man unter Sicherheit nur den Blockierungsmodus. Jetzt ist aber auch der Entwicklermodus verfügbar. Den aktivierst du und startest dein iPhone neu. Wenn dein iPhone wieder einsatzbereit ist, öffnest du die zweite Anwendung iAnyGo, die dir hilft, deinen Standort auf Amerika zu ändern. Klicke auf Enter, bestätige alles, gib dein Passwort ein und warte so lange, bis alle Geräte miteinander verbunden sind. Wenn die Anwendung fertig ist, siehst du eine Karte mit deinem aktuellen Standpunkt. Wundere dich nicht, in meinem Fall ist da schon Amerika, weil ich das vorher schon gemacht habe. Du wählst dann einfach irgendeinen Standort in Amerika aus und klickst dann anschließend links auf Start to Modify. Um das Ganze jetzt zu bestätigen, öffne Google Maps und dann solltest du dich bei dem von dir zuvor ausgewählten Standort befinden. In meinem Fall hat das geklappt, ich hoffe bei dir auch. Gehe jetzt in die Garmin Connect App und wähle dann rechts oben deine Uhr aus. Und wenn du alles richtig gemacht hast, dann solltest du den Punkt jetzt sehen Einrichtung abschließen und kannst jetzt die EKG-App einrichten. Hier kommt dann eine kurze Erklärung. Anschließend gibst du dein Geburtsdatum ein. Weiters musst du dann die zweistufige Verifizierung einrichten. Hier bekommst du dann jedes Mal, wenn du dich einloggst, ein Passwort per E-Mail oder SMS zugesendet. Das gibt dir einfach eine zusätzliche Sicherheit. Wenn du das erledigt hast, bekommst du dann diverse Informationen, was ein EKG macht, was gemessen wird. Du bekommst diverse Begriffe erklärt bzw. auch welche möglichen Ergebnisse es gibt. Und dann kann es auch schon mit deiner ersten Messung losgehen. Du hast dazu einfach nur den Zeigefinger und den Daumen auf den Ring zu legen. 30 Sekunden zu warten und dann bekommst du auch schon dein Ergebnis. Die App bestätigt dir dann anschließend, dass die EKG-App nun aktiviert ist. Und ab jetzt kannst du jederzeit eine EKG-Messung durchführen, wann immer du möchtest. Wenn du ein Android-Smartphone hast, dann ist das Freischalten der EKG-Funktion wirklich ein Kinderspiel. Lade dir hierfür die App FakeGPS Location runter. Bevor du diese öffnest, musst du den Entwicklermodus auf deinem Android-Handy freischalten. Dazu gehst du unter Telefoninformation, Softwareinformationen und klickst siebenmal auf Bildnummer. Dann sollte ein Pop-Up-Fenster erscheinen, wo steht, dass der Entwicklermodus aktiviert wurde. Bei meinem Xiaomi-Handy sieht das etwas anders aus. Da muss ich zu dem Punkt über das Telefon gehen und dann anschließend auf Betriebssystem-Version mehrmals klicken. Aber auch hier wird mir dann angezeigt, dass der Entwicklermodus freigeschalten wurde. Gehe nun also zum Entwicklermodus oder zu den Entwickleroptionen, wähle den Punkt aus und scroll ganz hinunter, bis du zu dem Punkt Standort kommst. Dort kannst du nämlich dann die zuvor heruntergeladene App auswählen, um deinen Standort zu simulieren. Öffne nun die FakeGPS-App und suche dir einen Ort in Amerika aus. Setze diesen und um es zu kontrollieren, kannst du Google Maps öffnen. Und wenn alles geklappt hat, dann solltest du dich nicht mehr in Europa, sondern in Amerika befinden. Gehe jetzt in die Garmin Connect App und wähle dann rechts oben deine Uhr aus. Und wenn du alles richtig gemacht hast, dann solltest du den Punkt jetzt sehen Einrichtung abschließen und kannst dir jetzt die EKG-App einrichten. Hier kommt dann eine kurze Erklärung. Anschließend gibst du dein Geburtsdatum ein. Weiters musst du dann die zweistufige Verifizierung einrichten. Hier bekommst du dann jedes Mal, wenn du dich einloggst, ein Passwort per E-Mail oder SMS zugesendet. Das gibt dir einfach eine zusätzliche Sicherheit. Wenn du das erledigt hast, bekommst du dann diverse Informationen, was ein EKG macht, was gemessen wird. Du bekommst diverse Begriffe erklärt bzw. auch welche möglichen Ergebnisse es gibt. Und dann kann es auch schon mit deiner ersten Messung losgehen. Du hast dazu einfach nur den Zeigefinger und den Daumen auf den Ring zu legen. 30 Sekunden zu warten und dann bekommst du auch schon dein Ergebnis. Die App bestätigt dir dann anschließend, dass die EKG-App nun aktiviert ist und ab jetzt kannst du jederzeit eine EKG-Messung durchführen, wann immer du möchtest. Wenn ihr alles erledigt habt und die EKG-Funktion nur auf eurer Uhr verfügbar ist, dann könnt ihr alle Apps wieder löschen, den Standort auf der Garmin-Seite wieder auf euren richtigen ändern bzw. den Entwicklermodus deaktivieren. Es sollte dennoch alles funktionieren. Ich hoffe, es hat bei euch auch so gut geklappt wie bei mir und dass mein Tutorial verständlich und einfach erklärt war. Falls ihr dennoch Fragen habt, so könnt ihr sie mir jederzeit in die Kommentare posten. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Bleibt großartig und bis zum nächsten Mal.